LibreOffice – Einführung in WITAR Suche und Untersetzen von Text und Formatierung WITAR besitzt zwei Wege, Text innerhalb eines Dokumentes zu finden, die Suchenleiste zur schnellen Suche und den Dialog Suche-Untersetzen. In diesem Dialog können Sie Wörter- oder Textstellen-Suche-Untersetzen, Platzhalter und reguläre Ausdrücke für die Feinabstimmung einer Suche verwenden, bestimmte Formatierungen suchen und untersetzen, Absatzvorlagen suchen und untersetzen. Wenn die Suchleiste nicht sichtbar ist, können Sie diese über Ansicht, Symbolleisten suchen, einblenden. Um den Dialog Suchen-Untersetzen anzuzeigen, benutzen Sie die Tastenkombinationen STRG-F oder wählen Bearbeiten. Suchen-Untersetzen aus der Menüleiste. Geben Sie den Text, nachdem Sie suchen wollen, in das Suchen-Feld ein. Um den Text mit einem anderen zu ersetzen, geben Sie in das Ersetzen-Feld den neuen Text ein. Sie können zahlreiche Optionen verwenden, etwa nur nach Grenzen oder auch nach ähnlichen Wörtern suchen. Wenn Sie die Suche festgelegt haben, klicken Sie auf Suchen. Um Text zu ersetzen, klicken Sie stattdessen auf Ersetzen. Wenn Sie die Suche alle anklicken, wird LibreOffice alle Duplikate des Suchwortes im Dokument aus. Ebenso, wenn Sie Ersetzer alle verwenden, ersetzt LibreOffice alle Treffer. Benutzen Sie Ersetzer alle mit Vorsicht, sonst haben Sie am Ende lustige Fehler. Eine fehlerhafte Anwendung von Ersetzer alle erfordert unter Umständen eine manuelle Wort-für-Wortsuche, um das zu beheben. Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück!